Diesmal gibt's andere Wege. Wege auf Fahrrädern mit Hilfsmotoren. Es geht nach Quettlinburg in Sachsen-Anhalt und im zweiten Teil nach Werniger-Rode. Viel Spaß! Ja, die Reise beginnt, Kamerad. Wir sind am Packen. So sind die Vorbereitungen. Anhänger steht. Let's ski! Genau. Am 23. Mai 2019 machten wir uns auf zum Velosolex-Treffen weltkulturlicher Art. Wir, das sind Peer, der heimliche Trucker, Zapper, der einzigartige und ich, der Neuling. Peers komfortabler und selbstgebauter Anhänger schleppte das meiste, was wir brauchten. Später werden wir etwas mehr erfahren, vor allem, was besonders ist an diesem Monstrum. Während wir schön vor uns hincroosten und das Fahren genießen durften, plagten sich einige daheimgebliebene Geister mit dem Aufsatteln all der Solex ab, deren Reiter es vorzogen, kommoder zu reisen und gemütlicher in Quettlinburger Quartieren zu nächtigen. Apropos übernachten. Campingplatz Seekamp Malge bei Brandenburg in Brandenburg am frühen Abend. Wie der Name schon sagt, liegt der Platz an einem See, dem Breitlingsee. So was wie hier hatte ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Ganze Schwärme, mutierter Stechwicher, riesengroß und sensationell angriffslustig. Genau das durften wir ausgiebig erleben, vor allem am nächsten Morgen. Leider hatten die hiesigen Straßenverhältnisse Zappers Hinterrad, aus Gründen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte, ein paar Speichen abverlangt. Immer im Hinterkopf, dass morgen vor unserer Weiterreise für Ersatz und vor allem mit fachmännischer Herangehensweise für Abhilfe gesorgt werden musste, ging es erstmal kulinarisch in den weiteren Abend. Nach einem einzigartigen Nachtmahl, von dem es allerdings keine Bilder gibt, legten wir uns schlussendlich und wohlverdient aufs Ohr. Das exzellente Fleisch hatte übrigens Zapper gespendet. Er hat es gewonnen. Beim Dart, glaube ich. Schräger geht's doch wohl wirklich nicht, oder? Ein Grund mehr, warum ich mich hier unter diesen Solexisten sauwohl fühle. Solch exotisch extravagante Maschinen lieben und fahren eben fast ausschließlich Individualisten. Und jetzt, wie versprochen, noch ein kurzes Wort zum selbst angefertigten Anhänger. Multifunktional, wie er geplant war, so ist er auch. Zapper und Peer, die schon viele gemeinsame Touren unternommen haben, nennen ihn, so auf den Arsch hochgestellt, liebevoll Komfortzone. Er dient gleichermaßen als Ablage, als Koch, Ess- und Begegnungsstätte, aber auch als Regen und andersrum ebenso als Sonnenunterschlupf. Er buckelt Vorräte, Werkzeuge und Ersatzteile. Ein kompletter halber Motor soll dabei gewesen sein. Er transportiert Zeltplanen, massenhaft Heringe, Strippen und schließlich Peers geliebtes Kuschelfell. Einen Sack zum Schlafen und die selbst aufblasende Schlafunterlage. Ein echter Tausendsasser eben, mit Vollgummi-Leichtlaufrädern eines ehemaligen Rollstuhls. Voila! Ein anständiges Festsuchen des gesamten mitgeführten Gedöns ist unbedingt angesagt, sonst verliert man schon hin und wieder mal ein frisch erstandenes Fläschchen Flüssigbrot. Nur wer sich für Super hält, ist ein wahrer Superheld. Und so baut Supersore Lexis Zelt. Er braucht einen Hammer, zwei großen Nägel, eine Strippe, eine sogenannte Fold-Back-Klammer und eine rechteckige Plane mit drei Ösen an den Stirnseiten. Durch die beiden äußeren werden Nägel ins Erdreich gerammt. Am anderen Ende wird die mittlere mit einer Strippe versehen und irgendwo festgebunden, je nachdem, was sich bietet. Mit der Klammer kann die Plane am Kopfende geschlossen werden. Und so sieht das Endergebnis dann aus. Es ist minimalistisch, aber äußerst funktionell und hat wenig Gewicht. Luftmatratze rein, Schlafsack obendrauf und sonst was, eben das, was man beim Schlafen noch dringend braucht. Zapper legt übrigens keinen besonders großen Wert auf Zeltplane-Abspann, wie man sieht. Geht aber auch so. Und bevor ich schlafen durfte, schoss Peer eben noch schnell ein kleines Gute-Nacht-Foto. Achtung, Lebensweisheit. Die Qualität eines Schlafsacks sollte unbedingt den herrschenden Wetterbedingungen angepasst sein. Denn dann, und nur dann, kann die Nachtruhe auch erholsam ausgehen. Früh, ganz früh am nächsten Morgen. Bereits um 4.20 Uhr klapperte und schepperte uns Zapper ausdauernd aus dem Schlaf. Er konnte auch nicht besonders gut schlafen, wegen der vielen Mosketos vermute ich. Aber dazu kommen wir gleich. Er hatte sich allen Anschein nach in den Kopf gesetzt, sich nochmals einen Überblick zu verschaffen, was er so alles mit hatte. Seine reparaturbedürftige Solex stand schon bereit, hinten ohne. Zappers Diagnose war klar und deutlich. Er meinte indes, mehr so für sich. Zuvor sei aber eine Stärkung angesagt. Tja, und für mich gab es eher Kaffee und Pillen. Und direkt aus dem tiefen Tal der Träume, Monsieur Lavande. Sprotten sind allen Anschein nach auch Peersfall. Und das ebenso am frühen Morgen. Naja, die ursprünglich aus dem Norden stammenden sind halt ein ganz besonderes Völkchen. Ich gebe zu, für den Nahbereich ist meine Action-Camp dann leider doch nicht besonders geeignet. Und ja, Moskites wollen auch frühstücken. Nachdem Zappa seine Velo Solex am hinteren Teil manierlich hochgebockt hatte, um einfach bequemer an sein Problem zu gelangen, war er emsig damit beschäftigt, seine Verspeichung zu sanieren. Zwischenzeitlich hat er sich jedoch anscheinend herumgesummt, dass in diesen Minuten einer herumsitzt, der sich momentan wenig wehren kann. Hier eine kleine Studie, um zu verdeutlichen, dass Zappa auch mit den dicksten Pullovern sehr schlechte Karten hatte. Selbst das bei einer derartig stechenden Meute früher so berüchtigte Labengelspray wurde ignoriert. Die Viecher schienen es nicht einmal zur Kenntnis zu nehmen. Kursieren in der Welt nicht gerade Gerüchte von eklatanten Insektensterben, kann ich angesichts riesiger Verhältnisse wenig glauben. Aber was blieb Zappa anderes übrig? Wir mussten ja weiter. Und das verwirklichte sich dann auch bald. Mit frischem Schwung, neuen Speichen und einem zentrierten Hinterrad solltest du dann ein paar Kilometerchen weitergehen. Vor allem Zappers Mühle solltest du ja jetzt meistern können. Als Peer vorauseilend seinem eigenen Abenteuer entgegenzopperte, zog es Zappa vor, ein paar Blümchen als ländlichen Schmuck für seine Karre zu pflücken. Bis es ihn in beschaulichen Tuchheim im schönen Jerichoer Land drängte, einen einsamen Storch auf einem Bilderbuch-Schornsteinest am Wegesrand zu fotografieren. Ich gebe zu, architektonisch eine Wucht hier im Brandenburger Land. Und in Kröningen im Landkreis Potsdam-Mittelmarkt dann? Außer! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! 1. Lieder 1. Lieder Auch nach dem Tanken hat es sich Pierre wieder ein wenig abgesetzt, weil Zappa und ich so viel nebensächliches Zutun hatten wie Blumenflüten, Fotografieren und alles mögliche Filmen. So was kann man doch nicht einfach am Wegesrand stehen lassen, oder? Wie man sieht, gibt es hier sowas auch irgendwie in der Nähe des Harztes. Genau wegen dieser unserer Eskapaden spielte sich Peers Abenteuer außerhalb unserer Aufmerksamkeit ab. Und als wir aufgeholt hatten, kämpft er zähneknirschend am Ortsausgang von Grabo mit den Folgen. Diesmal hat es Pierre-Faschine erwischt, auch Speichenbruch. Es sind drei Speichen, die jetzt kaputt sind. Es ist doch nichts mehr passiert. Scheinbar hat Pierre Übung darin. Er erledigte nämlich seinen Speichenwechsel ohne dazu sein Hinterrad abzubauen. Er operierte sozusagen am offenen Herzen. Ich wollte ihn gar nicht erst fragen, wie es dazu gekommen war, denn sein Trübsal war mir keineswegs entgangen. Außerdem fragt man einen Postillon nicht nach Ursachen. Wieder mal das Übliche. Ich will nicht für einen Solex reichelten lassen. Abenteuerlicher Trip. Aber wir werden schon noch ankommen. Und wenn es heute Abend um Mitternacht ist. Aufsetzen. Weiter geht's. Und während dieser Etappe dachte ich so grinsend in mich rein. Warum immer in die Ferne schweifen? Die Bilder hier sind traumhaft. Das sind blühende Landschaften, satte Wiesen und Weiden. Das ist Deutschland. Doch eine weitere Pause zwang uns zu stoppen und Pierre ins Gras. Erschöpfungspause? Nein, es ging um was ganz anderes. Jetzt war auch meine Solex dran. Während ich trete, hatte es Pierre quasi kommen sehen. Doch das Unheil aufhalten konnte keiner von uns. Wir waren alle zu weit weg vom Geschehen. Handy, Gott sei Dank noch in Ordnung. Aber ich musste, beziehungsweise konnte ab da nur noch ein Spinnennetz nach hinten sehen. Ungeachtet dessen, ließen wir uns treiben. Beschwing von einer gewissen Leichtigkeit. Von all den misslichen Kapriolen abgesehen, schien nun alles gut. Das Wetter stimmte und unsere Launen waren definitiv wieder im Aufschwung. Was will man eigentlich mehr? Somit hatte jeder seinen eigenen Wegezoll beglichen, denn alles hat nun mal seinen Preis. Doch einer unter uns sollte mehr blöchen. Man mag's kaum glauben, Speichenbruch Nummer 3. Diesmal wieder Zappers Maschine. Wenn ich ehrlich bin, so langsam interessiert es sich heraus, warum Zapper überhaupt mitgefahren ist. Der wollte eigentlich rundherum neue Bespeichungen haben. Das sind die alten Fahrradspeichen, die gebrochen sind. Und eine alte, die war abzusehen, werde man gleich austauschen wollen. Naja, wer ist jetzt zum Fahrradladen in der Hoffnung, dass er dort irgendwelche brauchbaren, für uns brauchbaren Speichenbruch bekommen kann. Wir werden sehen, ob er jetzt Erfolg hat oder nicht. Ansonsten wäre für Zapper jetzt hier die Reise zu Ende. Der müsste auch gepickt werden. Wir sind jetzt in der Burg. Die Burg heißt er. Ja, genau. Speichenspannhumor in Burg. Das ist alles Burg hier. Guck mal, überall Burg. Hier Burg, da Burg. Everywhere Burg. Und während sich Peer, wie gesagt, aufmachte, einen Speichenhändler zu finden, – zuerst im Netz, dann analog – kümmerte ich mich um unsere leibliche Stärkung. Schwer lecker, diese Fleischbälle. Und dann auch noch fast so groß wie eine Schrippe. Genau das Richtige für Biker. Gleich am Anfang unserer Weiterfahrt der ultimative Härtetest. Hielten die Metalldrähte nun? Oder sollten die letzten 85 Kilometer weiter mit Speichelwechsel-Timeouts gefüllt werden? Dazu Peers und Zappers Kommentare. Ja, eine Traumstraße. Lädt geradezu Höchstgeschwindigkeitsrennen hier ein. Herausforderung für Körper, Geist, Material, fahrerisches Können. Eher langsam. Eher langsam. Viertelburg, wir kommen! Aha, jetzt kommen die Stars. Da sind sie. Aaah, sie trauen sich hier lang. Man hat Angst vor Speichenbrüchen. Hatten wir heute schon. Das böse, böse Kopfsteinpflaster. Man hat Schwierigkeiten. Geschafft. Aber es musste doch eine bessere Strecke nach Quäcklenburg geben, sonst kämen wir ja nie an. Einen Tipp aus dieser kleinen Häuseransammlung bekommen, eine kleine Verbindungsstrecke und dann ein Hoch auf unser prima ausgebautes Bundesstraßennetz. Natürlich war der Rest der Truppe, die Luxustruppe, längst am Ziel angekommen. Die Velos waren schnell abgeladen und im Innenhof des Anwesens unseres Gastgebers geparkt. Der stellt übrigens auch ein Apartment für Urlauber zur Verfügung. Man kann es im Internet unter Apartment Silberne Lilie finden. Bei bestem Grillgut und reichlich Bier machte es sich das gemischte Motorfahrertrodel schon mal gemütlich. Es war übrigens zwischenzeitlich durch viele weitere Solexisten aus dem ganzen Land mächtig angeschwollen. Dank der besagten, ausgezeichneten Bundesstraße ging es dann auch wesentlich besser voran. Auf dieser letzten Etappe allerdings, da wo das flache Land Sachsen-Anhals die Ausläufer des Harzes berühren, wurde mir mit Wucht bewusst, was das Zusatzwörtchen Hilfs der Fahrzeugklasse Fahrrad mit Hilfsmotor bedeutet. Der Umstand unserer unglücklichen Zwischenstops hatte sich mittlerweile rumgesprochen, waren wiederum stundenüberfällig. Wurde etwa deswegen einer der Anwesenden zum Sperr gemacht? Wer weiß? Auch wenn unser 210 Kilometer langer Trip etwas eckig und vielleicht ein bisschen ungelenk anmutete. Es war für mich eine abenteuerliche, eine lehrreiche, aber zugleich eine ehrliche und ziemlich lustige Zeit mit den Jungs. Ich war jedenfalls außerordentlich gespannt, wie es dann in und um Quedlenburg weitergehen würde. Bis bald, euer Werner. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020